Oh, ich habe daneben geschossen. Jetzt du, Ronny. Bogenberger. Auf wen genau schießen wir gerade? Auf den Bogenschönsten von denen. Achso, der mit dem weißen und dem grünen Trank? Das ist ein Schrank. Achso! Ich habe mich schon gefragt, warum ich den nicht kreffe. Wir haben die Pfeile nicht strecken. Aber zum Pfeil im Schrank. Der hält aber einiges aus, Leute.